Musik Servus Leute und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Close to Glory. Milutinos Majic ist mal wieder richtig on fire, der carried uns mal wieder durch die ganze Bundesliga-Saison. So, ansonsten habe ich euch ja auch gefragt, wie wir auf der Torhüter-Position weitermachen wollen. Ob wir da dann eben erstmal auf Tim Schreiber setzen oder Anton Braun die Chance geben. Ihr habt euch mehrheitlich schon dafür ausgesprochen, dass wir erstmal bei Tim Schreiber bleiben. Anton Braun wird auch seine Chancen bekommen, wahrscheinlich erstmal im DFB-Pokal. In der Liga jetzt gegen den VfL Wolfsburg dann aber, wie gesagt, Tim Schreiber wieder zwischen den Torpfosten. Und nach einer halben Stunde hatten wir unsere erste Chance durch Ben Rachu. Das war ein ordentlicher Beginn von uns. Wolfsburg war nicht wahnsinnig gefährlich. Und dann kamen wir schon wieder. Das ist Ben Rachu auf Ljubicic. Wieder der Marokkaner. Zurück zu Ljubicic. Die beiden hier im Zusammenspiel. Und dann ist der Ball im Tor. Ein bisschen Glück ist auch dabei. Vom Pfosten geht er über die Linie. Ben Rachu mit dem 1 zu 0. Der VfL Wolfsburg musste jetzt natürlich auch offensiver werden. Kurz vor der Pause dann mal hier mutrig mit der Chance. Tim Schreiber rechtfertigt seine Aufstellung. Pariert den Ball. Nach dem Seitenwechsel dann schon wieder mutrig. Und wieder Tim Schreiber. Der hat hier wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht. Also so ein bisschen seine Formkrise auch wieder überstanden. Wolfsburg blieb gefährlich. Aber an Tim Schreiber war hier wirklich kein Vorbeikommen. 10 Minuten dann noch zu spielen. Noch mal eine Ecke für uns. Die wird erstmal geklärt. Pedersen dann auf Koki Saito. Und der steckt hier wunderbar auf Graf durch. Der hat dann die Übersicht. Liegt rüber zu Dani DeWitt. Und der macht hier den Deckel drauf. DeWitt mit seinem ersten Treffer für den FCK. Und wir mit dem 2 zu 0. Und das ist hier natürlich die Entscheidung gewesen. Wir gewinnen also gegen den VfL Wolfsburg. Und damit bleiben wir dann auch im Kampf um die europäischen Plätze in Schlagdistanz. Wir haben 3 Punkte Rückstand auf die TSG Hoffenheim. Genauso wie auf den FC Bayern München und eben den VfL Wolfsburg. Also wie gesagt alles weiter offen. Allerdings ging es jetzt erstmal nicht in der Bundesliga weiter. Sondern im DFB Pokal. Und da sind wir auf Zwickau getroffen. Und das zu Hause auf dem Betzenberg. Wir waren natürlich der Hausruhr Favorit. Wir haben dann auch ordentlich rotiert. Also gefühlt durfte heute die komplette Bf mal auflaufen. Natürlich auch Anton Braun im Tor. Ansonsten dann auch mal Michael Schäfer im Sturm. Oder ein Karpovnik auf der Rechtsverteidigerposition. Also wir haben wirklich gewaltig durchrotiert. 10 Minuten hier dann gespielt. Und Michael Schäfer mit der ersten Chance. Der ist ja immer noch ohne Tor für Kaiserslautern. Hat in dieser Saison schon zweimal den Pfosten getroffen. Aber ein Tor konnte er eben noch nicht erzielen. Zwickau wurde dann aber auch mit der laufenden Spielzeit immer torgefährlicher. Anton Braun hat uns aber hinten den Kasten sauber gehalten. Insgesamt muss man sagen, ging bei uns aber nach vorne wirklich nicht viel. Es war nur noch 15 Minuten zu spielen. Dann sind wir aber mal richtig gut durchgekommen. Jürgen Gigovic schlägt rüber auf Issa Sacko. Und das ist der erlösende Führungstreffer. Es war wirklich keine gute Leistung von uns. Es war kein besonders guter Auftritt. Aber wir schaffen es am Ende und ziehen ins Viertelfinale ein. Und da werden wir dann tatsächlich auf die Hertha aus Berlin treffen. Insgesamt sind schon einige gute Mannschaften aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Dortmund ist unter anderem gegen Leipzig rausgeflogen. Aber natürlich sind mit Bayern und eben auch den Roten Bullen noch zwei richtig gute Mannschaften drin. Und ohnehin sollte man hier glaube ich niemanden unterschätzen. Also einfach wird das nicht. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja im DFB-Pokal diesmal tatsächlich zumindest mal ins Halbfinale. Oder sogar ins Finale. Und vielleicht, vielleicht ja auch zum Titelgewinn. Bevor ich jetzt hier aber die ganze Zeit große Töne spucke. Titelgewinn, DFB-Pokal, blieblablub. Wir haben jetzt erstmal wieder eine Aufgabe in der Liga vor uns. Da geht es gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Die sind Letzter in der Bundesliga, haben gerade mal fünf Punkte geholt. Konnten bislang nur ein Spiel gewinnen, zweimal unentschieden spielen. Und sonst haben sie jedes Spiel verloren. Dieses Spiel müssen wir also auf jeden Fall gewinnen. Das ist natürlich unser Anspruch. Und es ging hier dann auch gut los. 33. Minute Milutin Osmajic mit dem 1 zu 0. Er ist und bleibt einfach unsere Lebensversicherung. Und es ging dann auch in der Folge gut weiter. Das ist wieder Osmajic. Der Ball wird geklärt. Danni De Witt weiter zu Dejan Ljubicic. Und der zieht dann einfach mal ab. Der ehemalige Kölner trifft dann hier gegen Düsseldorf. Und das dann auch noch wunderschön. Das Spiel war damit jetzt natürlich auch mehr oder weniger entschieden. Mitte der zweiten Hälfte kamen wir dann nochmal. Nikolaj Pedersen mit der Flanke auf Ben Rahu. Und der dann wunderschön weiter auf Milutin Osmajic. Der Typ ist einfach der komplette Wahnsinn. Er trifft und trifft und trifft und hört einfach gar nicht mehr damit auf. Allerdings wurde er dann ausgewechselt. Für ihn ist dann Michael Schäfer gekommen. Und der Typ ist wirklich vom Pech verfolgt. Trifft hier schon wieder nur das Aluminium. Die Szene allerdings noch nicht vorbei. Ljubicic nochmal auf Katletz. Und dann wieder Michael Schäfer. Und jetzt macht er ihn doch noch rein. Macht also endlich seinen ersten Saisontreffer. Richtig stark aufgedreht. Am Ende gewinnen wir dann mit 4 zu 0 gegen Düsseldorf. Der Man of the Match ist natürlich ganz klar Milutin Osmajic gewesen. Ein kurzer Blick auf die Tabelle. Und wir sehen, wir sind nur noch einen Punkt hinter den europäischen Plätzen. Da liegt der FC Bayern München, die sich in diesem Jahr wirklich richtig schwer tun, mit 21 Zählern. Und wir haben dann eben mit 20 Punkten nur einen Punkt Rückstand. Sind also absolut in Schlagdistanz. Wir wollen dann natürlich auch oben dranbleiben. Allerdings spielen wir dann als nächstes gegen den Tabellenzweiten, gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und das ist natürlich mal wieder eine richtig schwierige Aufgabe. Wir spielen immerhin zu Hause im Fritz-Walter-Stadion. Aber natürlich war die Favoritenrolle trotzdem ganz klar auf Seiten der Frankfurter. In der ersten Hälfte ist da nicht wahnsinnig viel passiert. Angel Correa hier mal mit dem Schuss aus der Distanz. Das war allerdings kein Problem für Tim Schreiber. Das änderte sich dann allerdings hier nach dem Seitenwechsel. Eine Top-Chance für die Eintracht. Aber auch eine Wahnsinns-Rettungstat von Schreiber. Mitte der zweiten Hälfte dann Ben Rahu hier auf Milutin Osmajic. Aber leider lässt er diese Chance liegen. Und so bleibt es hier am Ende auch beim 0 zu 0 unentschieden. Mehr ist nicht passiert. Es war jetzt sicherlich kein besonders gutes Fußballspiel. Aber das Ergebnis ist dann doch eins, mit dem wir zufrieden sein können. Gegen die TSG Hoffenheim dürfen es dann auch gut und gerne wieder drei Punkte werden. Allerdings die Gasgeber hier mit dem besseren Beginn. Rodrigo Salazar prüft mal Tim Schreiber. Kurz vor der Pause hatten wir dann eine Ecke. Tomiak mit dem Kopfball. Das Ganze wird erstmal geklärt. Der Ball landet hier dann aber nochmal bei Karl Graf. Und der zieht dann hier ab. Aber auch der Ball geht am Tor vorbei. Es war jetzt auch wieder kein wahnsinnig guter Auftritt von uns. Und nach der Pause kam dann auch erstmal Hoffenheim mit Rodrigo Salazar. Das 1 zu 0 für die Graichgauer. Da haben wir wirklich nicht gut ausgesehen in der Defensive. Und Salazar bringt Hoffenheim in Führung. Und nur wenige Minuten später sind dann die Graichgauer schon wieder frei vom Tor durch gewesen. Und dann ist es am Ende wie Tinja mit dem Chipball über Tim Schreiber. Der da auch gar keine Chance hat. Wir lassen uns zweimal auskontern. Liegen jetzt mit zwei Toren hinten. Und dann waren auch keine 10 Minuten mehr zu spielen. Das ist die Biljovanovic mit dem Pass auf Milutin Osmajic. Der ist nochmal frei durch. Macht hier den Anschlusstreffer. Es ist bereits das 11. Saisontor für Milutin Osmajic. Aber leider kam der Treffer zu spät. Wir konnten nicht mehr ausgleichen. Und verlieren am Ende mit 1 zu 2 gegen die Graichgauer. Und das dann auch wahrscheinlich schon verdient. Denn in der Defensive haben wir uns wirklich saudämlich angestellt. Das kommt jetzt wahrscheinlich relativ unerwartet. Aber tatsächlich haben wir schon einen Transfer für die Wintertransferphase eingetütet. Beziehungsweise einen Verkauf beschlossen. Denn Kuki Saito wird sich dem SSC Neapel anschließen. Die bieten 25 Millionen Euro für ihn. Und da Saito bei uns dann eben auch nur noch Reservist ist, habe ich dieses Angebot angenommen. Er hat sicherlich richtig Bock auf die Serie A. Und ja, wir bekommen dann eben 25 Millionen Euro für einen Reserve-Spieler. Und das ist ja auch nicht so schlecht. Ebenfalls nicht so schlecht wäre es dann auch, wenn wir das letzte Spiel in der Hinrunde nochmal gewinnen würden. Da spielen wir gegen den FC Augsburg, die momentan zwei Punkte vor uns in der Tabelle liegen. Mit einem Sieg würden wir also an den Fuggerstädtern vorbeiziehen. Und wären dann zumindest mal auf dem 10. Tabellenplatz. Allerdings der FC Augsburg hier vom Beginn an mit einer richtig guten Leistung. Karlsson mit der ersten Chance, Tim Schreiber pariert. Das war mal wieder richtig stark gemacht von unserer Nummer 1. Aber wir sehen eben auch, dass wir in der Defensive zur Zeit relativ konteranfällig sind. 19. Minute dann. Yunus Akgün mit der ersten Gelegenheit für uns. Es war ein ausgeglichenes Spiel hier. Das ist Koki Saito in seinem letzten Auftritt für den 1. FC Kaiserslautern. Yunus Akgün lässt dann die Chance liegen. Kurz vor der Pause nochmal Augsburg. Wieder Karlsson und wieder Tim Schreiber. Unsere Nummer 1 ist wirklich wieder so stark unterwegs. Er knüpft also endlich an die starken Leistungen aus der letzten Spielzeit an. Und dann springen wir hier auch schon in die Schlussphase. Das ist schon wieder der Schwede Karlsson. Und diesmal macht er ihn dann leider rein. Im dritten Anlauf überwindet er Tim Schreiber und schießt Augsburg in Führung. Und dann waren hier auch nur noch ein paar Sekunden zu spielen. Die Nachspielzeit ist eigentlich schon abgelaufen. Das ist nochmal Yunus Akgün. Der hat da stark den Ball gewonnen. Läuft dann in den 16er rein. Legt zurück auf Stipe Jovanovic. Und wir machen hier also doch noch den Ausgleich. Stipe Jovanovic rettet uns hier also noch das Unentschieden. Und das dann wirklich in aller, 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 aller letzter Sekunde. Zur Winterpause liegen wir damit jetzt mit 22 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. Wir haben auf jeden Fall schon einen großen Vorsprung auf den 16. Tabellenplatz. Allerdings liegen wir halt wieder im absoluten Mittelfeld der Tabelle. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir entwickeln uns einfach nicht weiter. Egal was wir machen. Am Ende sind wir immer so 11., 12. oder 10. Ich hoffe, dass wir das in der Rückrunde irgendwie noch rumgebogen bekommen. Es macht zumindest ein bisschen Hoffnung, dass der Rückstand auf Platz 6 nur 5 Punkte beträgt. Vielleicht können wir da ja nochmal rankommen. Allerdings brauchen wir dann doch eine relativ starke Rückrunde. Und müssen auf jeden Fall besser performen, als wir es bislang gemacht haben. Obwohl wir ja nicht schlecht unterwegs sind. Aber wir sind einfach zu unkonstant. Wir gewinnen dann zum Beispiel gegen Wolfsburg oder Leverkusen. Aber dann lassen wir die Punkte eben gegen Augsburg liegen. Das darf uns natürlich nicht passieren. Wir müssen konstanter werden. Und dann könnte es vielleicht doch noch was werden. Vielleicht wird es ja auch doch noch was mit der Torjägerkanone für Milotin Osmajic. Der ist nämlich nur auf dem dritten Platz in der Bundesliga-Torjägerliste. Allerdings hat Andre Correa auf Platz 1 auch schon 15 Tore gemacht. Und das sind gerade mal 17 Spielen. Also der Argentinier ist wirklich richtig stark unterwegs. Aber auch Milotin Osmajic muss sich wie gesagt mit seinen 11 Toren nicht verstecken. Im DFB-Pokal hat er dann auch noch einmal getroffen. Weshalb er insgesamt in 19 Spielen auf 12 Tore kommt. Das ist bislang auf jeden Fall seine beste Saison. Hoffen wir dann einfach mal, dass er in dieser Rückrunde nicht einbricht wie im letzten Jahr. Und dann genauso gut weitermacht. Und dann muss ich hier auch noch Yassin Ben-Rachu hervorheben. Der ist im Sommer neu zu uns gekommen und ist direkt einer unserer wichtigsten Spieler geworden. Sieben Tore hat er vorbereitet. Dazu auch noch dreimal selbst getroffen. Zehn Scorer-Punkte in 18 Spielen. Und das als Neuzugang. Das ist wirklich verdammt stark. Er hat sich einfach perfekt in diese Mannschaft eingefügt. Bei Tim Schreiber muss ich ja sagen, im letzten Jahr war er überragend. In dieser Saison hat er dann nicht so gut angefangen. Inzwischen ist er aber wieder mega krass in Form. Die zwischenzeitliche Torhüter-Diskussion hat sich damit wahrscheinlich auch schon wieder erledigt. Schreiber ist unsere Nummer 1. Anton Braun soll natürlich auch seine Spielzeit bekommen. Wird wahrscheinlich jetzt erstmal im DFB-Pokal sich weiter beweisen dürfen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht. Aber stand jetzt Tim Schreiber, unsere Nummer 1. Leo Kainz wird uns dann erstmal verlassen. Der wechselt nämlich auf Leihbasis zu Zelda Vigo. Er konnte sich in dieser Spielzeit leider nicht durchsetzen. Hat kaum Spielminuten bekommen. Und wird dann eben verliehen, damit er sich dann trotzdem weiter gut entwickeln kann. Und ja, liebe Leute, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge versuchen wir dann hoffentlich einen Ersatz für Cookie Saito zu verpflichten. Und starten dann natürlich auch in die Rückrunde. Und hoffen da dann auch wieder Richtung Europa angreifen zu können. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Schaffen wir es tatsächlich mal nach Europa? Sei es über den DFB-Pokal oder über die Liga? Oder gibt es dann am Ende eben wieder die nächste Saison im absoluten Niemandsland der Tabelle? Das hoffen wir natürlich nicht. Wie gesagt, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Für heute war es das. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Bis dahin. 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 Vielen Dank.